Die Botschaft Die Botschaft Die Botschaft Erzählen jedes Jahr, wie es geschehen war, Kaspar und Meteor und Balthasar. Die drei heiligen Könige sind bekannt, sie verkünden die Weihnacht im ganzen Land. Die der Stern hat geleitet nach Bethlehem, um als Erster das Christkind zu sehen. Die der Stern hat geleitet nach Bethlehem, um als Erster das Christkind zu sehen. Voll aus dem Morgenland sind sie gekommen, und viele Gaben wurden mitgenommen. Wir warten auch auf sie, bis immer drauf war, Kaspar und Meteor und Balthasar. Die drei heiligen Könige sind bekannt, sie verkünden die Weihnacht im ganzen Land. Die der Stern hat geleitet nach Bethlehem, um als Erster das Christkind zu sehen. Die der Stern hat geleitet nach Bethlehem, um als Erster das Christkind zu sehen.